Herzlich Willkommen zu einem neuen Presale-Update-Video. Wir schauen uns wieder Beepel Unchained Layer 2 an. Nachdem wir hier, glaube ich, das letzte Mal vor zwei oder drei Wochen darüber berichtet haben, hat sich hier nämlich nochmal einiges getan. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Wenn ihr mehr über solche Presales erfahren wollt, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es hier noch nicht gemacht habt und kommt auf jeden Fall gerne in die kostenlose Telegram-Talk-und-Signal-Gruppe, die ihr unten angeheftet findet. Ja, was hat sich getan? Wir haben nochmal über, deutlich an Presale-Volumen zugenommen. Beim letzten Update-Video gab es, glaube ich, 14 Millionen, was hier eingestiegen ist. Mittlerweile liegen wir bei über 21 Millionen im Presale. Also da muss man schon sagen, da geht schon ordentlich was ab. Wir sind ja hier mittlerweile schon minimal drinnen, beziehungsweise haben uns ja, glaube ich, damals für 100 oder 150 Dollar entschieden, wo wir hier in dieses Projekt reingehen, um einfach mal zu gucken, dieses Projekt und noch ein paar weitere, was ich hier möglicherweise noch tun kann. Ja, Presale, ihr bekommt jetzt den Preis noch für einen Tag, drei Stunden, 13 Minuten. Ob es dann nochmal verlängert wird, weiß ich, glaube ich, gar nicht. Aber sollte, weil momentan wurde noch nichts big announced, dass jetzt hier jetzt kurzzeitig das Listing auf jeden Fall ist. Also es wird sich noch ein bisschen ziehen. Wir haben ja schon hier komplett darüber gesprochen, dass vor allem die Staking-Tätigkeit, also die maximale Supply von 8 Milliarden Token erst im Mai 2026 erreicht werden wird. Und trotzdem ist es so ein Ding, reingehen, kurz halten, beziehungsweise gar nicht halten und dann sofort wieder raus. Sobald das Listing ist, raus, immer da raus. Das sind einfach so Coins, da wartest du nicht lange. Da stakst du nichts, da gehst du rein und gehst sofort wieder raus. Und das ist auch das Risiko an diesen Dingern, wo natürlich auch jedem bewusst sein muss, dass das auch relativ zügig dann ein Abverkauf wieder entstehen kann. Deswegen würde ich hier auch nicht mit viel Kapital reingehen. Ich habe selber gesagt, ich gehe nicht mit viel Kapital rein. Ich empfehle es euch einfach nur. Macht nochmal euer eigenes Research daraus. Ihr könnt alles verlieren, das muss euch absolut bewusst sein. Das ist einfach Meme. Ja, Meme-Coins. Ihr wisst, was ich von Meme-Coins halte. Das muss einfach jedem Gedächtnis drin sein, dass man hier nicht sagt, okay, man wird jetzt über Jahre hier erreicht. Das ist einfach Meme. Mehr ist es nicht. So knallhart muss man hier die Fakten sagen. Ja, Layer 2. Habe ich ja auch schon dazu gesagt, dass man hier Block Explorer Bridge steckt. Das ist aber, glaube ich, auch noch neu. Was hier alles Ding steht. Also hier gibt es auch noch Updates auf dieser Seite. Auch sehr, sehr interessant, was ich hier getan habe. Tokenomics, brauche ich auch nicht mehr reingehen. Presale 40%, Staking 30%, Marketing 10%. Was ich hier dazu sagen muss, Staking 30% ist okay. Liquidity auch, aber wir hatten schon bessere, wir hatten aber auch schon schlechtere Tokenomics. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Schaut es euch einfach nochmal gerne an. Wollte ich euch nochmal kurz ein Update dazu geben, dass ihr über 20 Millionen mittlerweile angenommen würden. Die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns zum nächsten Altcoin-Update-Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay critical.